Hey Freunde der Altsawietchen-Holzfäller-Fraktion und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Spin-Tigres Mod-Vorstellung. Und heute, Freunde, habe ich wieder zwei richtig schöne Fahrzeuge für euch vorbereitet. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal eine andere Sache. Seit Ewigkeiten mache ich ja nun mal wieder ein Video, ich glaube eine Woche ist es her, seitdem ich das letzte Video hochgeladen habe. Naja, ich war ein bisschen kränklich, ne? Und wer will schon den Hottie mit so einer total verrötzten Stimme hören? Ja, das ist doch räudig. Ich meine, so ein kleines bisschen Schleim in der Nase habe ich immer noch. Aber es geht mittlerweile schon wieder und irgendwann muss ich auch mal weitermachen. Ich bin ja schon so richtig geil, ich bin so richtig heiß darauf, neue Videos zu machen. Ja, und heute geht es dann wieder los. Aber bevor wir jetzt auch mal wieder anfangen, möchte ich erstmal noch zwei Sachen loswerden. Und zwar einmal wirklich gute Besserungssymptom-Buggy. Hier liegt nämlich gerade mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Und Lungenentzündung ist ja nun echt schon eine miese Sache, ne? Also ist nicht ohne, das ist nicht so wie ein Schnupfen ohne Grippe, das ist schon ein bisschen fieser. Und dann möchte ich noch vielen lieben Dank zu dem Marek absagen. Der hat mir nämlich zu Weihnachten ein schönes neues Spiel geschenkt, ne? Fand ich toll. Wäre ich vielleicht auch noch ein kleines Angespiel zu machen zu dem Game. Ja, und dann werdet ihr ja auch sehen, was er mir geschenkt hat. In jedem Fall sehr, sehr nett. Vielen lieben Dank. Gut, Freunde. Und jetzt kommen wir mal zu den Fahrzeugen, die ich heute hier für euch vorbereitet habe. Also anfangen wir mit einem Infinity FX35. Das ist ein SUV aus der japanischen Firma Infinity. Auch wenn man es halt immer gedacht hat, Infinity sind amerikanische Firma. Ne, ne, das sind Japaner, ne? Das Ding wird seit Herbst 2002 gebaut. Und 2008 wurde es dann abgelöst von dem FX70. Das war der Nachfolgermodell, ne? Eingetrieben wird die Karre durch einen 3,5 Liter V6 mit 284 PS. Ja, kann man schon mal nicht meckern, ne? Da ist schon ein bisschen Power hinter. So, bevor wir dann den Dodge da drüben vorstellen, würde ich mal sagen, starten wir erstmal den Infinity Motor. Starten, jawohl. Super Sache. Da qualmt es auch schon kräftig hinten aus dem Auspuff raus. Jawohl. Auf Qualm steht ja der Hottie. Der findet das, das muss richtig rauchen, muss das. Wunderbar. Ja, und dann haben wir ja auch noch viele schöne Anbauteile. Die könnten wir uns eigentlich gleich mal angucken. Aber vorher fahren wir erstmal eine Runde über die Trockenpiste mit der Karre, ne? Handbremse raus, Differenzial und Allrad bleibt erstmal auch raus. Und dann ziehen wir ja los mit dem Hobel. Naja, bis jetzt fährt er sich ganz stabil. Aber er fährt ja auch noch nicht wirklich schnell, ne? Jetzt kommt er so langsam in die Gänge rein. Im fünften Gang laufen wir jetzt schon. Jetzt im sechsten, oh, sogar ein siebter Gang ist da. Na, nicht schlecht, nicht schlecht. Und auch bei der etwas höheren Geschwindigkeit lässt er sich immer noch ohne Differenzial und Allrad sehr gut kontrollieren. Ich mache jetzt mal Differenzial und Allrad rein. Ja, und dann stopfen wir nochmal ordentlich los hier mit dem Korn. Vierter Gang, fünfter Gang, sechster Gang. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hochschalten tut er in jedem Fall schon mal richtig fix. Jetzt sind wir am siebten, aber da bremst uns dann die Schlampfütze mal wieder aus. Also auch so kleine Schlampfützen neigen, beziehungsweise drängen ihn recht schnell dazu, die Geschwindigkeit darunter zu nehmen, um wieder auf mehr Drehmoment zu kommen. Ich würde mal sagen, wir heizen jetzt hier vorne mal über die Äste rüber. Mal sehen, wie gut er damit klarkommt. Naja, so richtig toll sah es jetzt nicht aus. Er ist da doch sehr, sehr stark gerutscht und musste die Geschwindigkeit stark zurücknehmen. Wir mussten zurückschalten in den ersten Gang, um überhaupt noch genug Drehmoment zu haben, dass wir mit den Ästen klarkommen. Aber okay, das kann man alles im Endeffekt noch verkraften, Freunde. Ist nicht so schlimm. Jetzt ist die Karre auch schon richtig schön vollgeschmordert. Wunderbar, denn sieht ja auch mal aus wie so ein richtiges Holzfäller-Vehikel, ne? Aus der alten Sowjetunion. Die muss man eigentlich jeden Tag kerschern, die Dinger, weil die jeden Tag nur durch den tiefsten Schlamm durchgebrettert sind, die Kisten. Jawoll! Da braucht man natürlich eine ordentliche Lackierung und einen kräftigen Röstschutz. Ja, eine dicke Röste ist auch nicht verkehrt, weil wenn du dann mal anfängst zu rösten, naja mein Gott, dauert es eine ganze Weile, bis er durchgeröstet ist. Und so lange, sagt der TÜV immer noch, alles gut, junge Verwalter! So, jetzt geht es hier in den mitteltiefen Schlamm hinein, Freunde. Mal gucken, wie gut er damit klarkommt. Bis jetzt frisst er sich im dritten Gang durch, schaltet jetzt aber runter in den ersten. Naja, sieht immer noch toll aus, sieht immer noch toll aus. Er rennt voran, er rennt voran. Ja, der Matsch liegt kräftig, wunderbar. Hat er ganz gut gemeistert, sag ich mal, da kann man nicht meckern. Und dann geht es jetzt auch schon in die Werkstatt und wir schauen uns mal an, was der Hobie so für schöne Anbauteile hat. Vorher aber natürlich möchte ich mir nochmal die Cockpit-Kamera reingucken. Ja, also, das Cockpit ist schon mal nicht dicht, ne? Also hier ist alles total volle Kanone mit Schlamm zugesüfft. Also, hat er denn da vergessen, unser lieber Fahrer, die Fenster hochzumachen? Meine Güte, sieht das krass aus. Die ganze Bude total versüfft. Da könnt ihr vom Prinzip ja den Kascher von innen reinhalten, ne? Einmal kräftig fluten, damit der Bock wieder sauber wird. Hm, meine Fresse. Ja, schauen wir doch mal. Der Drehzahlmesser und der Tacho, ja, das ist gut angezeigt. Sieht wirklich toll aus, ne? Sieht so ein bisschen aus wie ein VW-Cockpit, so nur mit der Mittelkonsole. Nochmal die Hand da weg, Mensch, wir werden mal was sehen. Na, geht doch. Sieht ein bisschen so VW-mäßig aus, alles. Na ja, das Navi auch schön groß. Ja, hier vorne so die Bedienung für das Navi drauf. Scheint also kein Touchscreen zu sein. Man hat hier eine Tastatur, eine riesenfette Uhr in der Mitte, ein paar Knöpfe wahrscheinlich für die Klimaanlage und die Heizung und allen Scheiß. Schnickenganghebel. Na ja, das sieht doch ganz erotisch aus, würde ich mal sagen. So, nun aber zu den Anbauteilen. Wir haben den N1JBH1R. Gibt uns 200 Reparaturpunkte. Ja, ist so ein kleiner Dachkoffer, den wir uns draufhängen können, ne? Bauen wir mal wieder ab und bauen wir mal die zweite Version ein. Ach ja, schnieke, schnieke, schnieke. Da haben wir einen Fahrradgepäckträger oben drauf, gleich mit zwei Mountainbikes dazu. Na ja, ist ja nicht verkehrt, wenn ein Sprit hier mal im Wald ausgeht, ne? Dann nimmt man sich sein Fahrrad und fährt einfach weiter. Ob man damit noch Holz transportieren kann, ist natürlich eine andere Frage, ne? So, dann haben wir das Ganze nochmal so als Heckgepäckträger. Hat man zwei schöne Fahrräder so hinten am Heck dran. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, hier haben wir einen Hänger. Sieht aus wie ein Wohnwagen. Ich hänge das Gerät mal ein. Gibt uns 100 Reparaturpunkte und zwei Werkstattpunkte. Naja, nicht verkehrt. Jetzt muss man bloß mal die Kamera ein bisschen zentrieren auf das Gerät, dass man auch mal was sieht. Naja, was ist denn jetzt hier mit Hängerkamera? Gibt es keine Hängerkamera oder was? Ne, das ist ja eine miese Scheiße. Keine Hängerkamera. Hm. Naja, ist in jedem Fall ein ganz erotischer Wohnwagen. Sieht aber mehr aus wie so ein Viehtransporter. Naja, wie auch immer. Bauen wir nochmal wieder ab. Dann haben wir den N1JBHK. Irgendwas. Das ist ein Fahrzeug, also ein Tieflader für Fahrzeuge. Sozusagen ein Fahrzeugabschlepphänger, den wir da hinten dran haben. Der gibt uns 100 Reparaturpunkte. Auch nicht verkehrt. Und dann haben wir noch den N1JBHTV. Ja, was ist denn das? Schleppen wir da einen Fernseher denn mit oder wie? Erkennen kann ich erstmal nichts Das ist vielleicht irgendwas, was wir drinnen anbauen Aktivieren wir mal die Cockpit-Kamera Schauen wir mal drinnen rein Irgendwie sehe ich da auch nichts Ich dachte, dass wir jetzt vielleicht so einen riesen fetten Fernseher drin haben Aber Kann ich jetzt erstmal so nicht sagen Gut, andere Bereifung haben wir auch noch Wir haben noch Spare-Wheels Also Ersatzreifen, die wir uns in vorne draufziehen können Naja, okay, Schwachsinn Ich denke mal, wir bleiben einfach bei den Standardeinstellungen Und so, da sind die Fähne auch wieder schön sauber Ja, Freunde, würde ich doch mal sagen Hängen wir uns mal so einen schönen Dachgepäckträger drauf Der gibt uns ja 100 Reparaturpunkte Und dann nehmen wir noch den Wohnwagen mit Der gibt uns nochmal 100 Reparaturpunkte Und zwei Werkstattpunkte Wunderschön Handbremse raus Und dann geht es mit Differenzial und Eirat mal auf die Standardpiste rauf Und dann bin ich doch mal gespannt Wie gut die Bude sich hier im tiefen Schlamm nachher schlagen wird Ich meine, jetzt nicht so auf trockenem Terrain Da kommt er richtig gut klar Da zieht er uns den Wohnwagen wunderbar rüber Schaltet sogar hoch bis in den fünften Gang Der ist doch eine super Sache Also bis zur Ostdeckung mit der Kiste in jedem Fall schon mal So, jetzt geht es hier rein in den tiefen Schlamm Und da bin ich doch echt gespannt Ob er da den Wohnwagen durchgezogen kriegt Das ist nicht ohne, was er jetzt hier macht Aber das sieht richtig gut aus Das sieht richtig gut aus Schön stabil und konstant Zieht er hier den Wohnwagen durch Den Schlamm durch Ganz feine Sache Da kann man nicht meckern Naja, jetzt fängt er an so ein bisschen zu ratzen Es wird schwieriger für ihn Das Gewicht, ja das liegt denn halt doch im Schlamm drinnen Aber er ist noch nicht zum Stehstand gekommen Bis jetzt zieht er noch Er zieht immer noch, der Kollege Ja, tolle Sache, tolle Sache, ne Wow, der Wohnwagen, der wüht jetzt den Modder hinter sich schon richtig auf Aber unser Infinity gibt nicht auf Mit den 3,5 Litern Ja, da haut er den durch, den Schlamm durch Er lässt sich da nicht so leicht ins Boxhorn jagen Ja, der Kollege gibt einfach mal alles Ganz tolle Sache, muss man sagen Ganz tolle Sache Und jetzt haben wir auch schon wieder Stabilen, beziehungsweise festen Boden Unter den Schlappen Und wunderbar, die tiefe Matschfütze ist damit geschafft Wir haben den Wohnwagen rausgezogen Super Sache, super Sache So, weiter geht es jetzt in Richtung Schrägmatschfütze Ich habe jetzt hier allerdings gerade ein bisschen Probleme mit der Lenkung Der Wohnwagen, der schleudert mich da doch etwas rum Ganz schön hart so Und jetzt sind wir hier in der Schrägmatschfütze drinnen Ja, da wird es gleich am Anfang richtig schwierig hier für unseren Infinity Ist ja auch ein schwieriges Wort, ne Da kommt er noch nicht so richtig aus den Knitten Aber er zerrt ihn hoch, er zerrt ihn hoch Bis jetzt gibt er nicht auf Wir sind noch nicht im Schleichgang drinnen Und der Schleichgang ist ja übrigens auch dreimal untersetzt Musste ich mich jetzt belehren lassen Habe ich vorher selber auch noch nicht so gewusst Dreimal wird der Schleichgang untersetzt Und das können wir eigentlich direkt mal ausprobieren Falls die Karre jetzt nochmal stecken bleiben sollte Wenn nicht, probieren wir es einfach auf dem festen Terrain aus Weil ich möchte jetzt nicht unbedingt hier in der Schrägmatschfütze stecken bleiben Das wäre richtig mies Aber jetzt sitzen wir glaube ich fest Okay Jetzt probieren wir mal die drei Schleichgänge aus Ich muss mal kurz rüstbaren, Freunde Entschuldigung So Und man sieht das auch schon hier An den Blinklichtern da unten dran, ne Das ist die Untersetzung Wir legen jetzt mal den ersten Schleichgang ein Da ist er dann richtig ruhig Versucht irgendwie aus dem Schlamm rauszukommen Aber das reicht nicht Okay, gehen wir mal in den zweiten rüber Ja, jetzt dreht er schon ein bisschen heftig Achso, ich habe ja die Handbremse angezogen Okay, ist klar, dass er es nicht schafft, ne So Und jetzt aber hier mit Druck, Freunde Los hier Achso Oh, ich schalte ja gerade noch Gut, dann gehe ich mal aus der Schaltung raus Und jetzt sollte er es aber normalerweise packen Aber es wird nix Schalten wir mal rüber in den dritten Schleichgang Da haut er dann schon mit richtig Drehzahl rein Aber auch das wird nix Ich gehe nochmal in den ersten zurück Ja, da zieht er doch ganz langsam an Versucht mit einem Mit dem irgendwie noch Grip zu kriegen Aber es wird nix Es wird nix, Freunde Definitiv Zeit für die Seilwinde Machen wir die mal hier oben fest Und dann ziehen wir unseren Infinity hier mal raus Ja, jetzt aber mit Kraft hier Schönes Ding Schönes Ding Schönes Ding Schönes Ding Wir kommen erstmal weiter nach vorne Es sieht nicht so richtig toll aus Ich schalte auch mal wieder zurück in die normalen Plusgänge In der Hoffnung, dass wenn ich die Seilwinde lösen muss Die Karre dann wieder genug Grip hat Sodass er von alleine klarkommt Aber das sieht nicht so aus Das sieht definitiv nicht so aus, Freunde Er bleibt wieder hängen Er bleibt wieder hängen Das ist echt mies Das ist wirklich richtig mies Hätte ich das nicht erwartet Da hätte ich wirklich viel, viel mehr erwartet Schade, 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 schade Verdammte Axt Ja, was soll man dazu sagen? Brauchen wir eigentlich nicht weitermachen Weil ich mag das nicht, wenn die Fahrzeuge ohne Seilwinde nicht klarkommen Also, da müsste ein bisschen mehr kommen Damit es wirklich ein sinnvoller Spin-Tibes-Mod für mich ist Okay, wir wechseln zum zweiten Fahrzeug Das ist dann Ich muss mal kurz mein Zettelchen wieder vorholen Ein Dodge Durango Ja, das ist ein SUV von der amerikanischen Firma Deutsch Gehörte zum Chrysler-Konzern Wird seit 1998 gebaut Und wurde 2004 durch den Nachfolger abgelöst Und ja, der heißt dann auch Durango ist halt einfach nur die zweite Generation Die bis 2010 lief Und seit 2010 gibt es dann die dritte Generation zu kaufen Die läuft dann bis heute Angetrieben wurde dieser wunderschöne Dodge Durango Von 1998 bis 1999 Das war ein 5,2 Liter V8 mit 230 PS Von 1998 an bis 2003 konnte man ihn auch kaufen Mit einem 5,9 Liter V8 mit 245 PS Und seit 2000 bis 2003 Also bis das Modell ja dann eingestellt wurde Gab es dann noch ein 4,7 Liter V8 mit 235 PS Für die versparsameren Leute Ja, Freunde, ich wollte mal sagen Wir starten den Hobel mal Hört sich auch echt brutal an Aber qualmt leider nicht Schade, schade, schade Die Hottie findet das immer toll Wenn die Buhnen schön qualmtun Anbauteile haben wir nicht Wir haben nur noch unterschiedliche Schlappen Die wir aufziehen können Aber gut, erstmal geht es mit der Standardbereifung Hier auf die Trockenpiste rauf Und dann bin ich doch mal gespannt Wie gut der Karten hier klarkommt Also ein Beschleunigungsmonster ist er in jedem Fall schon mal nicht Aber mit diesen fetten Reifen Naja gut, da geht halt ein bisschen Beschleunigung verloren, ne Ist klar Jetzt sind wir hier im vierten Gang Aber durch ein bisschen Schlamm Mussten wir sofort schon wieder zurückschalten in den dritten Ich hau mal Differenzial und Eirat rein Und hoffen wir, dass er dann ein bisschen fixer wird Jawoll, jetzt geht es doch ganz gut voran Hier, fünfter Gang Aber eine V-Max-Bestie ist die Bude in jedem Fall nicht Also das haut noch nicht so 100% hin Da müsste noch ein bisschen mehr kommen Mach er naja gut, Freunde Na ja gut, was so ist, was so ist Ist ganz okay, es ist verträglich Fahr mal hier vorne in die Äste rein Mal gucken, wie gut er damit klarkommt Ja, das sieht erstmal erstklassig aus Aber bei diesen fetten Schlappen und bei diesem gigantischen Fahrwerk Ja, da hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet Alles andere wäre irgendwo ein bisschen lächerlich gewesen Wenn er sich da halt von so ein paar Ästen schon ins Boxhorn jagen lässt Das darf definitiv nicht passieren Nicht bei so einem Ungetüm Nicht bei so viel Liter Hubraum Und nicht bei so wenig PS dazu So, Freunde Jetzt geht es gleich mal in Richtung mitteltiefe Matschwitze Und da möchte ich doch mal schauen Wie gut er damit klarkommt Ich hoffe mal, das macht er richtig top Oh Mann, meine Stimme versagt langsam schon wieder Merkt er das Ich wollte heute eigentlich noch eine Aufnahme machen Aber ich glaube, ich lasse das mal Ich belasse es erstmal bei einer Aufnahme heute Weil mit so einer verrotzten Stimme Naja, das will man ja nicht unbedingt haben Das muss nicht sein Ja, aber ich würde mal sagen Mit dem mitteltiefen Matsch Ja, da kam er doch richtig gut klar Das war immer noch ganz in Ordnung Fahren wir mal in die Werkstatt rein Dann ziehen wir uns mal andere Schlappen rauf Und dann werden wir doch mal sehen Wie gut der Hobel hier dann Mit der Standardpiste Und dem tiefen Matsch natürlich klarkommt So, wir haben jetzt Schlappen Den SS Irog Ja, sieht ganz okay aus Ist auch ein bisschen schmal Dann den SS Bogger Ja, der sieht schon richtig gut aus Ja, das sieht richtig toll aus So ein scharfes und grobes Profil Damit frisst er sich bestimmt richtig schön durch den Schlamm Und dann gibt es noch die Mitas 40 Ja, die sehen auch toll aus Aber ich möchte die Bogger haben Also, die gefallen mir wirklich am besten So, Freunde Dann geben wir mal Stoff Differenzial und Eirat ist ein Dann wollen wir doch mal schauen Wie gut hier unser Deutsch Durango Klarkommt mit dem tiefen Matsch Dann fahren wir mal hier rüber So, hier lang Jawohl Passt schön, passt schön Also ein V-Max-Monster ist die Bude echt nicht Gibt es eigentlich eine Cockpit-Kamera? Ne, gibt es nicht So, denn hier rein in den tiefen Schlamm Und jetzt wollen wir doch mal gucken Wie gut er sich da durchfrisst Und das sieht recht interessant aus Er muss zwar in den ersten Gang zurückschalten Aber er bleibt konstant und stabil Und frisst sich da richtig schön durch Jawohl Hat hier eine starke Schräglage Wir müssen auch aufpassen, dass er jetzt nicht umkebt Das ist schon gefährlich Aber sieht gut aus Sieht trotzdem noch gut aus Ich meine Für das riesen Fahrwerk und für die fänden Schlappen Hätte ich mir jetzt erhofft Dass er einfach mal schneller durch den Schlamm durchgeht Aber Das wollt er dann leider nicht Naja gut Scheißiger Die tiefe Matschschwitze ist geschafft Wir steuern auf die Schrägmatschschwitze zu Und ich bin echt mal gespannt Wie gut er da hoch geht Lenken wir mal rechts rein So, oh Da sind wir gleich mal richtig tief eingetaucht Da hat es ordentlich Aua gemacht Und dann jetzt aber hier hoch Die Schrägmatschschwitze Jawohl Wir fressen uns durch Das sieht auch ganz gut aus Wie er hier hochfertigt Ich muss jetzt allerdings hier Unserem Infinity ausweichen Und diesen Ja, ein Wohnwagen ist das eigentlich nicht Eigentlich, das ist ein Kastenaufbau Das ist einfach nur ein riesenfetter Kasteneinhänger Naja, okay So, dann fressen wir uns hier nochmal Schön durch den Matsch durch Also die Schrägmatschschwitze hat er super gemeistert War wunderbar Dann bleibt uns bloß noch eins über Und das ist natürlich Die Schwimmeigenschaften zu testen Mal sehen, wie gut er hier eintaucht Der Kollege Naja, naja Sieht ganz gut aus Er muss ein bisschen drücken Er fängt auch schon ziemlich früh Schaden Also ein richtiges U-Boot ist das nicht Tut sich auch ein bisschen schwer Ins Wasser reinzutauchen Aber es ist ganz okay Es ist ganz okay Das muss man einfach mal so sagen Wir können ja auch tausend Schaden ab Von daher Läuft ganz gut, Freunde Läuft ganz gut Drücken uns jetzt hier auch schön weit rein Ja, ist eine tolle Sache Ist eine ganz tolle Sache Kann man nicht meckern Er geht hier auch richtig tief in das Wasser rein Also lässt sich so schnell nicht ausbremsen Hat jetzt aber schon umgedreht Der Wasserdruck ist ihm dann doch zu hoch Aber im Endeffekt muss man ihm dann doch Gute Wassereigenschaften zuschreiben Also wirklich nicht schlecht hier dieser Mod Ein paar mehr Anbauteile wären nicht übel gewesen Dass er sich noch so ein bisschen funktional betätigen kann Aber ansonsten Mein Gott, Freunde Ist nicht schlecht Ist nicht übel die Kiste Man kann nicht meckern Schöner Hobel Feine Sache als Scoutfahrzeug Definitiv zu gebrauchen Der Infinity Naja Die Geländeeigenschaften müssten besser sein Ansonsten Ist eigentlich gar nicht zu gebrauchen Ist eigentlich nur Naja Man kann ihn sich mal runterladen Mal ausprobieren Mehr steckt da nicht hinter Naja, Freunde Damit sind wir jetzt hier auch mal wieder am Ende Nach langem gab es mal wieder Eine schöne Spin-Type Das Mod-Vorstellung Ich hoffe trotz meiner leicht verrotzten Stimme Hat es euch gefallen Unser Deutsch brennt uns hier gleich ab Ja, das wird auch noch super lustig Aber ich sag schon mal Tschüss Wird mich freuen Wenn es euch gefallen hat Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet Über ein Like und ein Abo Tue ich mich immer riesig freuen Bis zum nächsten Mal Habt eine schöne Zeit Und Ciao